Medikamente spielen eigentlich gar keine Rolle im Zusammenhang mit dem Impfung, außer wenn jemand Medikamente zur Immunsuppression einnimmt, also die das Immunsystem unterdrücken. Die sollten sich auch impfen lassen, diese Personen. Bei denen kann es aber sein, dass die Impfung erstmal nicht so gut wirkt. Die müssen auch nochmal mit ihren Ärzten sprechen. Aber sie sollten sich impfen lassen.